Schlagerfans können sich freuen. Am 22. Juli zeigt das ZDF die große Sommerparty live aus der Westfalenhalle in Dortmund mit Gastgeber Giovanni Zarella. Es soll die bisher größte Giovanni Zarella Show werden. Die Giovanni Zarella Show. Diese Stars kommen zur großen Sommerparty. Die Gästeliste kann sich sehen lassen, denn in der Show geben sich die Schlagerstars die Klinke in die Hand. Neben Maite Kelly, Michelle, Ben Zucker, Micky Krause und Nino De Angelo begrüßt Giovanni in seiner Sendung unter anderem Oli P., Anna-Maria Zimmermann, Heinz-Rudolf Kunze, Claudia Jung und Simply Red. Die Giovanni Zarella Show. Das enttäuscht die Schlagerfans. Doch genau diese Gästeliste stößt bei Fans auf mächtig Kritik. So schreibt eine Followerin. Nichts Neues mehr. Gebt doch mal anderen eine Chance. Es gibt so viele Newcomer. Jemand anderes fragt, wieso sind denn immer dieselben Leute dabei? Ein User findet, immer die gleichen, schade um die Show, die anfangs so toll war. Autsch! Doch Giovanni wird die ZuschauerInnen bestimmt trotzdem mit seinem Charme durch einen tollen Abend führen. Und mal ehrlich. Die Stars der Zarella Show wiederholen sich zwar, aber enttäuschen werden sie das Publikum bestimmt nicht. Die große Sommerparty zeigt das ZDF Live am 22. Juli ab 20.15 Uhr. Untertitelung des ZDF Live. Untertitelung des ZDF, 2020